Jedes zweite Unternehmen kommt bei seiner Planung nicht über die standardisierten Prozesse hinaus. Ein großer Teil der Mitarbeiter, rund 20%, ist mit dem Planungsprozess oder mit seinen Ergebnissen unzufrieden. Was aber machen erfolgreiche Unternehmen bei der Planung und Steuerung besser als die anderen? Wie schaffen es Unternehmen, die richtige Balance zwischen Effizienz und Effektivität zu erreichen? Und an welchen Kriterien können sie sich dabei orientieren? Gemeinsam mit seinem Experten-Team hat Autor Igor Bakalov acht Jahre lang die Planungsprozesse großer Unternehmen in Europa und in den USA akribisch untersucht. Hierdurch sind Handlungsempfehlungen für die Unternehmen erarbeitet worden. Igor Bakalov macht deutlich, warum und wie eine effiziente Unternehmensplanung messbar zum Gesamtgeschäftserfolg bei weniger Aufwand und mehr Flexibilität beitragen kann. Eine herausragende Rolle spielt dabei die Auswahl der geeigneten Planungsinstrumente. Schritt für Schritt wird ihr Einsatz für die Planungspraxis erläutert, präzise und mit Fallbeispielen illustriert. Gerade die Rolle von Big Data und Business Analytics sind ein zunehmend entscheidender Faktor für die Planung geworden. Das Buch gibt den Planungsverantwortlichen konkrete Instrumente an die Hand, zum Beispiel Benchmarks, Fragebögen und Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Branchen und Entwicklungsphasen eines Unternehmens. Außerdem Methoden zur Umsetzung der Vision in die Realität und zur spürbaren Verbesserung des Planungswertbeitrags. Bei alledem schlägt das Buch eine Brücke zwischen den Welten der Unternehmenslenker sowie der Planungs- und Zahlenverantwortlichen. Igor Bakalov ist als Principal bei Capgemini Consulting spezialisiert auf die Beratung bei der Unternehmenssteuerung, Transaction Services, Unternehmensplanung und der Optimierung von Planungsprozessen. People matter. Results count.